Was gescheit ist von der Zuzahlung hier, kam ja per Post. Ich möchte das mal vorlesen, was ich hier zahlen soll. Hier geht es um allgemeine Zuzahlung, Paragraf 61, Sozialgesetzbuch SGB, fünftes Buch, gesetzliche Krankenversicherung, zweitens Verjährung, Paragraf 45, Sozialgesetzbuch SGB, erstes Buch 1, gesetzliche Krankenversicherung, Zuzahlung zu Fahrtkosten. 10% je einfacher Fahrt, mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro je einfache Fahrt. Ihre Zuzahlungen liegen nie über den tatsächlichen Kosten. Gesetzliche Grundlage, Paragraf 60, SGB 5. Das erinnert mich ein kurzer Insert an diese Praxisgebühr, wo jeder dagegen war und trotzdem wurde sie erhoben. Die Praxisgebühr, so ähnlich ist es mit der Zuzahlung. Für Fahrtkosten, Rettungswagen, 16.06.2022, das Datum ist richtig, und Fahrtkosten, Rettungswagen, DRK-Rettungsdienst, GmbH-Rettungsdienst, Sinnelfingen, 14.07.2022, auch richtig, 10 Euro. Also das werde ich bezahlen. Und jetzt geht es weiter mit dem da, mit dem Lützerath. Tschüss.